irgendetwas klimpert hier und wir sind die ganze war noch eigentlich könnte ich nicht wenig kopf ein strom ein strom ok denn da wahrscheinlich auch nicht das heißt ich muss komplett runter verdammt ich dachte echt dass die maske gasmaske vielleicht etwas bringen würde ich glaube dafür warum warum wahrscheinlich strahlenanzug hier sind wir richtig hier unten haben wir wieder strom zumindest auf dieser ebene das könnte schön in die luft liegen hier haben wir die zentrale aber ist nicht die erste die wir sehen dass sie vor allem das ist so geil genau jetzt kann ich nicht rennen genau jetzt kann ich nicht rennen aber wir haben noch heilung wir haben noch heilung ist alles gut ja ich würde sagen wie sie going ich bin überladen ablegen haben wir ablegen und jetzt sind wir hier sind wir echt durch ja tatsächlich genau hier aus gucken kann man die zu stellen aber hier diese komischen batterien die wollten wir ja noch abkneiden tatsächlich okay ein bisschen ist abgeflogen wahrscheinlich nicht von denen wo ist er denn hin ist nicht gut das ist nicht gut ich weiß ganz genau was draußen auf mich zukommen wird wahrscheinlich er aber da werden wir ordentlich drauf knallen aber so richtig damit die ganze munition einfach mal wegkommt geht kommen wir von hier war das vorher auch schon da die so So, öffne dich. Eine Waffe liegt da noch drin. Passt schon. Ah, es ist endlich wieder hell. Warum leuchten die? Oder... Oder täuscht das jetzt gerade? Die brennen. Warum? Was hier passiert? So, da oben ist ein Relais. Okay, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Mal gucken. Ne, das Ding kommt wieder runter. Ey, wie geil ist das denn? Oder? Ja, irgendwo kommt es runter. Warte, und? Mal gucken, wir hören hin. Verdammt. Nochmal. Ach, scheiße, wenn ich jetzt... Oh. Ich glaube, das war... Ich glaube, das war zu straight. Ich glaube, das ist einfach mal... ...aus der Atmosphäre raus. So, aber hier, da höre ich doch richtig. Und natürlich Gegner. Ach, das ist... Das ist so ein EMP-Gedöns. Kleine Nummer. Jetzt. Verdammt. Warum müssen die alle vergiften? Ich glaube, da ist auch noch einer. Zwei sogar. So, ich glaube, einer müsste noch da sein. Ich glaube, das waren alle. Oh, irgendwie möchte ich die auch gar nicht mehr looten, ne? Genau vor mir müsste er irgendwo... Er muss direkt vor mir sein. Ah, okay. Er hat mich natürlich schon mitbekommen. Er hat mich gesehen. Oh. Vielleicht könnte auch das sein. Hallo. Das Ding ging durch. Das Ding ging durch. Die Rakete ging durch. Oh, oder? Oder was ist passiert? Okay. Das wird nicht gut ausgehen. Ich muss irgendwo... ...in ein Gebäude. Klar, und es liegen wieder über Leichen rum, sodass ich wieder zu viel Loot habe. Wer? Ich habe noch nicht mal etwas gehört. Ich habe noch nicht mal etwas gehört. Ich habe keine Raketen gehört. Oh, jetzt. Jetzt. Was? Wer? Wer macht das? Wer schießt mit diesen Raketen auf mich? Okay. Wir krepieren gerade. Wir haben keine Heilung mehr. Also, wir haben alles on Mass, ne? Aber das mit der Heilung ist irgendwie... ... ...zumindest war das ein größeres Berg. Ach, da. Oh, ey. Oh, ey. Oh, guttiddy, keine guttiddy. Keine guttiddy, keine guttiddy. Keine guttiddy. Keine gute Idee. Ich bin übelst vergiftet, mal wieder. So. Habe ich denn, Naki? Wenn der mich jetzt kriegt, hier drin. Scheiße, Mann. Oh. Okay, er ist direkt vor mir. Ich habe dort hinten irgendetwas Größeres gesehen. Ich frage es, wo ist der jetzt hingelaufen? Wo ist er hin? Wo ist er denn eigentlich? Da. Da läuft einer. Oh, ich glaube... Ist er... Ne, das ist er nicht. Da ist er. Oh. Oh. So, keine Munition mehr. Nice. Leute. Das ist er. Das wird jetzt easy going sein, weil... überdacht. Und er kann mich nicht treffen. Ich dachte... Es kann mich nicht treffen. Okay, der darf mich jetzt nicht hütteln. wo ist die... Wo ist die... wo ist die... Batterie jetzt? Mann, ich sehe diese Batterie nicht auf. Lauf. Ach, der... Der war ja easy. So, das haben wir. Jetzt sind die nächsten dran. Schießt der Raketen? Ne, warte mal. Der schießt da, glaube ich, nur mit so einem... Da ist eine Hand. Okay, das ist für mein Lager. Oh, ja. Hm. Ich gehe da rein. Und werde dagegen die kämpfen. So. Ja. Sie sind da. Aber hier war doch... War hier nicht noch ein? Ne. Ich dachte, hier wäre noch was gewesen. So, jetzt selber. Aber sehr, sehr schwach. Sorry fürs Warten. Aber jetzt können wir wieder loslegen. Die Dinger sind ja hier drin. What the fuck? Ich denke, ja, versteck dich einfach mal da drin, da kann ja nichts passieren. Oh mein Gott, die Waffe ist ja immer richtig scheiße. Äh... Ihr kommt, knallt ihn ab hier. Knallt ihn ab. Das ist halt das Gute, wenn man da so ein... So ein Signal-Ding ins Küchen da rauffeuert, dann ähm... Knallen sie ihn ab. Eigentlich. Hallo. Boah, ne. Warte mal. Ähm... Ähm... Ich habe keine Heilung mehr. Ich habe keine Heilung mehr. Ja. Die Tür müssen zu. Fuck man. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Scheiße. Habe ich keine Heilung? Irgendwas? Irgendwie Heilung. Irgendwas? Äh... Äh... Nö. Okay. Äh... Ist auch... Cool. Hey! Wo kommen sie denn schon wieder her? Hm? Wie aus dem Nichts? Oh, Granate erstmal? Weiß nicht, wo die... Okay, ich habe jetzt nicht gesehen. Nein, Mann. Oh mein Gott, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich werde... Ich werde... Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ich bin... Ich bin... One shot. Ich... Ich muss rennen können. Wenn nicht, habe ich keine Chance. Trotzdem, hier liegt irgendwo noch eine Waffe und ein Sammelobjekt. Geht nicht. So, wir sind da. Verdammt, warte mal. Oder? Ja. Genau. So, ich bin da. Echt? Okay. Können wir machen. So. Erst... Erstmal eine. Erstmal eine. Sollte ausrechnen. Wir müssen jetzt sparen. Sparen, was das zu Geld. Sollte ausrechnen. Wir müssen jetzt sparen. Sparen, was das zu Geld. Ähm. Okay. Die Granate saß richtig gut. Okay. Der eine oder andere lebt noch. Aber, das haben wir gleich. Wir machen hier nochmal die Tür auf. Ich glaube, hat funktioniert. Hm. Zumindest sehe ich hier nichts mehr. So, das waren die ersten Bretter. So, hier auch nochmal ein paar Bretter. Da ein paar Bretter. Da Snowboard. Da liegt ein Teller. Ein paar Rämmer. So. Und hier. Was haben wir hier? Ein paar Nägel. So, zwei Sachen fehlen noch. Einmal die Bretter. Und von draußen nochmal. Geil. Dann machen wir das Hotel erst. Oh. Machen wir das Hotel erstmal richtig dicht. Und. Wow. Keine Ahnung, wo er das jetzt hingesteckt hat, aber. Definitiv irgendwo. You know that thing your brain does in tragic situations? Like after your mother dies? All you can think of is weird random stuff. Um. So. So. For me, that would be the day I graduated flight school. Got it. I wasn't the first female pilot. But made it second anyway. My parents and my brother were so proud. All I could think of was. Cool, so which tattoo should I get now? Wird nur die Seite. Also ich wollte gerade sagen, wird nur die Seite fertig gemacht. Aber wir müssen komplett drumherum. World Tour 72. London. Best Gig we ever did. The crowd was doing most of the singing for me. My brother, Lasse and I weren't fighting as much back then. Das sieht schon besser aus, oder? Was noch mehr? Wo? Wo? Warte. Mann, verdammt. Uhho. Warte. Nach Kai. Aber die Waffe. Die Waffe ist nice. Hen. so und jetzt ach so erster habe ich gar nicht gesehen so das hätten wir so stimmt eine waffe muss ich ja noch dazu weisen dass 5000 schuss nicht schlecht auf jeden fall zu viel des guten so was haben wir hier ach so verpasse der barrikade den letzten schliff machen wir kopf vor diesen komischen dingern drauf warum auch nicht geil folgen müssen wieder runter verdammt haben wir schon wieder zusatzteile gefunden das kann nicht wahr sein oh warte mal scheiße ich habe den falschen weg gemacht verdammt ich hätte da ein dreier reinknnen können weil den habe ich jetzt gerade zerstört wasser gefällt Wir müssen uns jetzt auf einen Kampf vorbereiten. Das könnte jetzt ein bisschen ausatmen. Ich glaube, wir müssen jetzt raus. Nein. Nein. Oh Gott. Das ist jetzt genau das, was ich jetzt alles brauchen werde. Äh, Minder. Zack. Wir müssen hoch. Haben wir hier sonst irgendwas? Nee. Fuck. Wir hätten damit gerechnet, dass wir jetzt Krieg haben. Die werden jetzt alle kommen. So, wahrscheinlich von vorn. Ich gehe davon jetzt aus. Haben wir sonst noch irgendetwas? Oh Mann. Eine Rauchgranate nehmen wir wenigstens noch. Okay. Listen, here they come. Close that door and get ready. It's happening now. Oh fuck, man. Warum von dort? Ich gehe von dort. Ich gehe von dort. Untertitelung des ZDF, 2020